Kanten und sogar sehr weit in die Ecke. Er kommt nicht in die letzten Millimeter der Scheibe, aber das sind wirklich nur wenige Millimeter, die er da auslassen muss. Das liegt daran, dass er an den Ecken, ganz an den Ecken, Lasersensoren hat, die automatisch erkennen, wenn die Fensterkante kommt. So, ihr habt es gesehen, ich habe den Reinigungsvorgang schon gestartet. Das geht im Übrigen sehr einfach. Ihr müsst den Roboter einfach an die Scheibe